Wir haben hier irgendwo Wasser, wo wir oben noch ohne Müsse sind. der technik willkommen im chat praktisch in dem fall hoffe ich natürlich ich bin echt super wundern weiblich der uns dann begrüßen wird Silberport rein rein und rein so dann machen wir Schränke hin hier vorne lasse ich mal Platz dass man später eine Tür reinziehen können das Lager muss jetzt nicht recht mit Sauerstoff versorgt werden da kann einer schnell hinbrennen die Luftaarhalle das macht fähig auch für die Batterie was wollen wir da drin haben 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 So, es ist wieder Nacht. Da bin ich Arzt ohne umgehauen, okay. Dann erhöhen wir die Priorität von Toilett und Computer auf 9. Dann machen wir noch so ein Laufrad auf 9, dass das schneller gemacht wird. Wir können die Batterie, die Kleine schon mal in Auftrag geben, dass die installiert werden. Dann machen wir Achtung wieder zur Tür. Ups, da muss ich nochmal nachhelfen. Sechs Stück, das müsste erstmal gut gehen. Die da bitte abbrechen. Dann natürlich Kabel installieren. Bitte verbinden. So. Das verbinden. Das, das, das. Und die letzte. So. Gut. Jetzt müssen wir warte, bis wir wieder wach werden. Da haben wir schon mal so eine Tür. Die kann ja da schon mal hin. Da habe ich die Computer doof. Die Computer steht doof. Für die Tür ist es doof. Kabel. Und trotzdem so rüber gehen. So. Ich baue die Toilette. Damit ihr ein bisschen sauberer eure wichtige Geschäfte erledigen können. Silber kümmert sich um die Elektrik. So gehört sich das, ne. Me in real life. Das ist so. So kochig millià brinquartige. Anscheinend immer wieder. Okay. Daher ist da jetzt wieder die Botte in. Wir müssen jetzt mit Ziegen nachhelfen. Ausziehen wir durch bis so eine He. oder ist es so dass wenn ich ziegel gezogen das ist kabel im ziegel versteckt wird und wenn es ziegel ist wird der botte weg ist das beobachten mal einfach so der computer steht natürlich ist das angeschlossen klar die toilette funktioniert jetzt so wie sie so steht ok ich wurde so plums wc system hat die fehler entdeckt das ding läuft immer noch nicht das habe ich aber gezogen das wird nur noch nicht gemacht die tür ist gleich aufgeladen ist da geht funktioniert gleich wieder aber dann haben wir den nächsten bewohner hier im moment so ich würde sie dann mal aufräumen lassen mit priorität 9 ganz wichtigste sache gewohnt der schrank macht klappen auf dem rhein und zu eigentlich wie ein mülleimer wo man die stufe tritt unter den deckel es geht naja sieht man dann die leiste wie voller schon ist wenn sie dann zukünftig was zum baue brauchen könnte ist einfach im lager hier dann das alte zeug hier oben werden wir natürlich auch noch holen und hier ist auch noch alten zeug lebenswichtig ist ich würde wahrscheinlich später das was man hier ohnehin leiten ich glaube da werde ich von dahin rangehen an das alte zeug hier wahnsinn wie viel da ist das brauchen wir alles später wenn er siehe was ist das für symbol ist kann ich nicht wir haben keine minearbeiter der das weg machen kann ok dann gehen wir einfach nicht so weit so weit nur noch ich glaube drei hoch können sie so abbauen wo seid ihr denn noch am ufraben ok der batterie wurde sogar schon gebaut das video das fast mehr material hier weg kaputt machen ja jetzt was bieten wollte mich im aufräumen haben wir den bewohner der uns neu dazu stoßen so männlich hier minus stärke mündelarme maulow fände das passt irgendwie nicht zusammen ist auch männlich weiblich hätte man hier ähm gasophobie äh wird net koche also ähm etekna lila ne haarsträhne ich nehm sie weil jetzt du unser nächster zuschauer warst ich würde aber eigentlich eher zu ihm gehen wobei er das gasophobie hat ne also wird sich jetzt gut das hier ist etekna schwupps fanny 72 begrüßt uns im chat gut wenn es da geht wieder voll ist ist ja auch hier in der kolonie drin da hält sofort beim aufräumen mit das ist gut wir sehen wie langsam das sauerstoff hier weg geht und die müssten jetzt echt mal langsam gucken dass das gerät hier läuft oh metal es fällt immer ohne metall wo haben wir doch etwas größeres vorkommen hier die richtung und gut dann machen wir doch mit der leiter schon mal nicht schlecht ohne rechts jetzt muss ich alles abbauen hier das befehlen wir dann auch gleich mit der stup an dass das abgebaut wird mit der teckner zuverlässig sind du bist jetzt erst nachgerückt die anderen müssen hier schon viel mehr machen du bist frisch voller energie du stirbst nicht wobei kochen noch nicht gebaut wurde wobei hier ist einfach auf der leiter eingeschlafen wobei ich etwas speed aufgerahmt habe Ah, ich speede bisschen. Na, wie du auch schnell ausgeräumt. Gut, jetzt bei Nacht sowieso speede. Da haben wir noch so viel, dass uns das Zeug wegfrisst. Gut. So eine innere Kabel immer mit neuen Bauen, dass sie auch gebaut werden. Blum, 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 blum. Silvan, wie fühlt man sich so, hm? Ja, oder Frau um sich. So eine innere Kabel. So eine innere Kabel. Okay, dann muss er aber aufpassen, dass die Kabel richtig verlädt werden. Ja, da ich da mit dem Ufrauma was verkehrt gedrückt habe, sieht es echt schlecht für euch aus. Zum Glück kann man es abbrechen. Hoppla, jetzt habe ich sehr viel abgebrochen. Ah! 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 Ich muss doch mal einen Fehler korrigieren. Ähm, desto kommen wir jetzt A weg. Du hast die Luft Arschluft gebraucht. Vierchen, warum baust du die Leiter hier in der Mitte dritten los? Hoppla, ich wollte doch weg. So, ähm, was... Okay, ich soll hier was bestimmen, was hier essen. Das ist, glaube ich, immer die günstigste Pampe. Pampe. Machen wir einfach mal. Also brauchen wir auch noch Wasser dafür. Machen wir mal neun zum Graben. Das hier Graben, das hier Graben. Das, das. Wenn wir drakommen noch, ist drauf. Ja, so, man macht das. So, da bauen wir dann so eine Treppe rein. So, da kommen wir da drauf. Ganz Wasser. So, Wasser. Ähm. So. Dann gehen wir mal mit Ziegel. Diese Ebene. Klar machen für euch. Damit ich dann auch, dass das da nochmal weggenommen wird. Die sind so lecker oder so, das doch. Ähm. Schau. Wie lange ablatschen. Und das sind auch noch da. Ja, das ist auch noch da. Okay. Untertitelung. BR 2018